Was ist das denn hier? Das ist von Camus. Das ist ja auch eine sehr gefragte Sache. Ich habe letztens gerade gesehen, dass hier eine Wheelbase mit 15 Newtonmeter 500 Euro kostet, was ich ziemlich krass finde. Smart Drive Infinite Fun. Okay, was ist denn hier drin? Das sieht mir aus wie ein Wheel. Hier ist der Quick Release dran, denke ich. Das sieht aus wie die Narbe dafür. Jo, das ist der Quick Release, nehme ich an. Fühlt sich wertig an. Hier ist übrigens Elektronik mit drin, by the way. Okay, das ist der Quick Release von Camus. Der ist Vollmetall, fühlt sich sehr gut an, sehr wertig. Das Kabel sieht jetzt, na gut, das ist halt ein Kabel. Was haben wir denn noch hier drin? Hier ist noch der Adapter dran, dafür, dass wir es anschrauben können. Schrauben sind auch mit dabei. Die sind direkt von Camus. Und was ist jetzt hier drunter? Eine Buttonbox. Sehe ich das richtig, dass das eine Buttonbox ist? Das ist tatsächlich eine Buttonbox, Chat. Da können wir wahrscheinlich so, wie sie aussieht. Oh, das ist aber ganz schön stramm verpackt hier. Hier sind die Shifter. Oh, die Shifter sind geil. Die sind nicht zu leicht, die gehen gut. Hier sind die Knöpfe. Die Knöpfe drücken sich auch gut. Ist jetzt nichts Sensationelles, aber trotzdem geil. Wir haben hier noch Knöpfe drin. Höhe hoch und runter. Wir haben noch Drehinkoder dran. Das ist komplett aus Metall. Hier hinten ist dann der Adapter, den wir dann mal ran bauen können. Geil, vielleicht können wir uns demnächst an das Linkslenkrad einen Adapter anbauen. Cool. Also eine Buttonbox. Die ist aber echt wertig, muss ich sagen. Mein lieber Herr Gesangsverein. Da werden wir wahrscheinlich das hier dann nachher an das Gerät schrauben, nehme ich an. Hoppy. Das wird sein. Aber da müssen wir dann mal gucken, wie das hier funktioniert. Aber wir können das jetzt erstmal nicht abnehmen. Da muss ich mich auf jeden Fall erstmal rein friebeln. Aber von der Qualität her super wertig. Wir können die Shifter verschieben. Hier ist alles Metall, kein Plastik. Okay, das ist überraschend gut. Das ist wirklich überraschend gut. So, dann packen wir das hier mal wieder rein, dass wir das alles auf einen Haufen haben und vernünftig drinnen sind, damit hier nichts verloren geht. Schrauben haben wir ja auch alles mit dabei. Das sollte ja dann funktionieren. Sexy. Achso, wir werden wahrscheinlich hier durchschrauben. Ja, okay, ich verstehe. Wir schrauben das Lenkrad und die Buttonbox an den Quick Release an. So ein Ding wird das sein. Okay, interessant. Hier unten ist auch noch ein Stecker drinnen. Okay, da muss ich mich erstmal mit auseinandersetzen, wenn es so weit ist. Wenn es so weit ist, dann schauen wir da mal rein. So, dann packen wir das hier auch rein. Aber so von der Qualität her mag er wirklich gut. Ehrlich jetzt. Also ich hätte es mir bei dem preisweit auch schlimmer vorgestellt. Aber das macht hier einiges besser als so manche andere Firma. Also da ist kein Plastik drin. Riechen tut es auch gut. Also es riecht jetzt nicht kacke. Also Geruchstest ist ja immer sehr wichtig. Smart Life. Krass. Vielleicht ist Camus so ein Geheimfavorit mittlerweile. Nur weiß das noch keiner, weil das keiner reviewt. Aber mal sehen, was da noch mehr dazu kommt. Das tut ja dann wahrscheinlich nicht alles ein. Die sehen wir, die sehen wir. Ich gucke mal in die anderen Pakete, ob noch mehr von Camus dabei ist, damit wir gleich beim Thema bleiben. Ich gucke mal kurz hier rein. Hier ist noch ein schöner Aufkleber. Die brauche ich. So die Schrauben, die weiß ich noch nicht, wo die hingehören. Aber ich glaube, Denso hat sicherheitshalber welche mit dazu gepackt, weil Denso nämlich immer ein pfiffiger Kerl ist. Denso ist ein pfiffiger Kerl. Und ich glaube, das hier wird wahrscheinlich mit dazugehören, Leute. Gehe ich ganz stark davon aus, weil das ist nämlich ein SRS-Lenkrad. Und das wird ein... Denso, hast du mir gerade... Denso, hast du mir etwa ein neues Wheel für Nesca mitgeschickt? Oder für Rally? Wow, das ist richtig gut. Das ist sogar Denso sein eigenes. Also das ist SimRay Shop Eigenmarke. Oh, richtig griffig. Schön. Das gehört wahrscheinlich mit zur Buttonbox. Da müssen wir dann nachher mal gucken. Vielleicht bauen wir die gleich mit zusammen. Aber das entscheiden wir dann gleich, wenn wir ausgepackt haben. Okay? Ob wir da noch was zusammenbauen. Oder wollen wir das gleich zusammenbauen? So, aber jetzt hiervon ist jetzt nichts mehr mit Camus. Aber wie gesagt, ich denke, das gehört hier zusammen. Das lassen wir da mal liegen. Das hier ist... Das ist was anderes. Das hier legen wir mal mit dazu, weil das der Nabendeckel ist. Dann gucken wir mal in das mittlere Paket rein. In das da drüben gucken wir noch nicht rein, weil wir wollen mal gucken, ob hier noch was von Camus mit bei ist. Damit wir gleich, wenn wir ein YouTube-Video machen, das für Paul ein bisschen einfacher gestalten. Okay, hier ist noch verpacken. Denn so, du kleiner Schlingel, du. Du kleiner Schlingel, du. Erstmal gibt es hier noch eine Karte. Oh, richtig geil. Vielen Dank für deinen Einkauf im SimRay Shop. Wir wünschen dir viel Freude mit dem Produkt. Solltest du Fragen zu deinen Produkten haben, melde dich bei uns. Melde dich bei uns. Wir helfen dir gerne. Und dann steht das noch auf Französisch drauf und auch noch auf Englisch. Das ist eine sehr schöne Karte. Toll, Mietzi, dass ihr wirklich alles gegeben habt, um Eingaben zu tätigen. Okay, Chat. Das hier wird wahrscheinlich die Wheelbase dazu sein. Jupp, das ist die Camus Wheelbase dazu. Maka, was ist das für ein Brecher? Holy Macaroni. Die ist schwer. Boah, die ist schwer, Alter. Ich leg die mal auf den Schuhen zum auspacken. Junge, die hat richtig, die hat Pfiff. Oh, die hat Pfiff, Junge. Boah, das ist die schwerste Wheelbase, die ich in der Hand hatte. Holy booly, ist das ein Brecher. Junge. Ich gehe mal davon aus, dass hier die Netzteile und sowas drin sind. Da gucken wir gleich mal mit rein. Ich packe mal die Wheelbase aus. Alter, ist das ein Panzer, Junge. Maka, für 500 Euro? Wollt ihr mich verarschen? Alter, Wim, Alter. Das kriegst du für 500 Euro gekauft? Okay, das ist hier so wieder das übliche, was wir nicht brauchen. Unwichtig. Alter, was ist das denn? Das ist ja richtig abgespaced. Okay, wir haben hier vorne auch Hipschalter drin, Powerknopf, Extraknöpfe für Eingaben. Ah, eine Wheelbase drin. Das finde ich fancy, okay. Okay, wie das jetzt hier nachher funktioniert, weiß ich auch noch nicht genau, aber das werden wir dann schon rausfinden. Hier kann man sich definitiv eine Schaftverlängerung ranmachen. Sehe ich, weil hier vorne sind zwei Schrauben dran. Hier kannst du dann lösen. Hier oben kannst du auch die Narbe entfernen und rauslösen. Oh, das wird interessant nachher beim Zusammenbauen. Holy moly, hier sind Anschlussmöglichkeiten ohne Ende. Entdecke die Welt, Junge. Paddle Handbrake Shifter, E-Stop. Hier kannst du auch Shifter 2 ranmachen. Hier kannst du alles anschließen an das Ding. So, hier. 500 Latschen kostet der Apparat, ne? Das ist komplett Metall. Also vom Anfassen her und vom Auspacken her super, super wertig. Unfassbar krass. 500 Latschen nur. Ich frage mich, wo der Haken daran ist. Wo ist der Haken an diesem Gerät? Davon müsste es doch eigentlich 1.000 Reviews geben. Für 500 Euro? 15 Newtonmeter? Wie ist denn das Mounting eigentlich hier? Okay, ich nehme mal an, das hier sind die seitlichen Schlitze dafür. Hier ist Copy. Haben wir von unten noch die Möglichkeit. Von unten hätten wir theoretisch auch noch die Möglichkeit in die Base zu schrauben. Also wir können von der Seite und wir können von unten machen. Wo ist der Haken an dieser Wheelbase? Wo ist der Haken an dieser Wheelbase? Das Netzteil kann es auch nicht sein. Das ist ausreichend groß. Du kriegst Kabel mitgeliefert und du hast auch gleichzeitig Schrauben mit dabei. Das finde ich großartig. Nice. Also musst du da auch nicht lange rumtingeln. Die Schrauben sehen auch lange genug aus. Okay. Okay. Was? Ob da noch mehr drin ist von Camus? Ist die Frage. Also vom Geruch her ist es auch super. Es riecht jetzt nicht irgendwie so nach frisch aus der Chemiefabrik. Aber es ist alles voll Metall. Alles schick. Hinten ist ein Lüfter dran. Da muss man dann ja mal gucken, wie laut der sein wird. Oh, das wird sehr interessant, Leute, das auszuprobieren. Da habe ich ja richtig Bock drauf. Aber dann packe ich das jetzt erst mal wieder ein hier. So, was steht denn hier drin? In der Bedienungsanleitung. User Manual. Das ist aber alles auf einer Sprache, die ich nicht verstehe. Das ist natürlich doof, aber das werden wir schon irgendwie alles auf die Reihe kriegen. Founded in 2008. Oh, hier hinten ist alles auf Englisch nochmal. Hier stehen die Abmaßen. Die Schraubenlöcher sind hier auch drin. Okay. Also nichts irgendwie Spezielles. Gut. Dann packen wir den Brecher mal wieder ein. Alright. Camus Wheelbase. Dann nehme ich ja fast noch an, dass irgendwas anderes noch dabei ist. Also machen wir das andere Paket auch nochmal auf. Und gucken da mal rein. So, das gehört hiermit zu. Was haben wir denn in dem dann hier drin? Das ist ein bisschen kleiner und leichter. So, Vorsicht, Muzi. Kleine Katzenmann. Das möchte ich nicht schneiden. Willst du mit reingucken? Die Forten nach Nadia öffnen sich, Muzi. Die Forten nach Nadia öffnen sich. Okay, hier ist viel Verpackungsmaterial drin. Aber ich glaube, wir haben richtig gegriffen. Hier ist nochmal ein richtig schöner großer Aufkleber dabei. Zwei sogar. Schön. Und alles schön mit Liebe verpackt. Was ist denn das hier? Okay, ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Das werden wir dann wohl gleich sehen. Was haben wir hier? Eine gelbe Feder für die richtig harten Jungs. Wie geil ist das denn? Gelbe Feder für richtig harte Jungs. Passend für VHS-Pedale. Maga, hat der mir jetzt wirklich eine gelbe Feder mitgeschickt für die VHS-Pedale? Ach, Denzu. Dann muss ich ja meine Review nochmal machen für die VHS-Pedale. Ach, Denzu. Du kleiner Schatz, du. Du kleiner Schatz. So, was haben wir denn jetzt hier? Das ist auch von Camus. Bevor wir uns mit dem Rest beschäftigen. Was ist denn hier jetzt drin? Schätzungsweise ein Wheel nehme ich an. Oh, das ist ein Wheel, ja. Okay, hier ist der Quick Release schon dran. Was ist das hier? Das ist auch eine Annahme. Okay. Aha. Das müssen wir uns nachher gleich mal angucken. Okay, das ist also ein Camus Wheel. Bei dem weiß ich sogar, wie teuer das ist. Das kommt 200 Euro. Maga, willst du mich verkackeiern? Wieso benutzt keiner Camus? Zeug. Für den Preis. Das ist alles voll Metall. Also für meine Hände ist es jetzt nicht. Ist ein bisschen klein. Aber warum benutzt das keiner? Das ist richtig gut. Komplett Metall alles. Hallo. Shifter sind super. Wir haben ordentlichen Druckpunkt. Quick Release scheint auch gut zu funktionieren. Knöpfe sind jetzt. Gut, die Knöpfe könnte man jetzt besser machen. Aber irgendwo muss man ja auch ein bisschen Geld sparen. Die drehen Co. oder drehen sich auch super. Die drücken sich gut. Maga, was? 200 Euro nur? Das kann auch fast nicht wahr sein. Also ich meine, es ist jetzt nicht sonderlich hübsch, ne? Sagen wir mal so. Es hat schon mal, also es gibt schon schönere Wheels, ne? Aber für 200 Euro? Maga? Und das ist alles metallisch? Also hier ist nicht irgendwie Plastik dran oder so? Das ist doch richtig gut. Vorsicht, Motor. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken, was das hier ist. Aha, hier ist nochmal der Quick Release Adapter. Den kann man dann wahrscheinlich... Macht man den so rein? Den macht man so rein. Müssen wir mal kurz mal gucken, ob wir den hier reingedrückt kriegen. Das kannst du dir wahrscheinlich an. Funktioniert tadellos. Ich mal ein bisschen Fitzelmuster bauen. Aber das sollte ja kein Problem darstellen. Das werden wir dann wohl alles mal basteln. Ob wir das jetzt... Also das entscheiden wir mal gleich. Ich will jetzt mal noch kurz gucken, was in dem anderen drin ist. Ob wir das gleich mal zusammen basteln wollen. Also ob ihr das zumindest sehen wollt. Ich kann das auch off-stream machen. Mir ist das egal. Aber wir müssen ja das ganze System noch miteinander lieren quasi. Also wir müssen ja auch noch an die Rearrays rangehen. So, jetzt ist die Frage, äh, Chat. Möchtet ihr, dass wir das jetzt zusammenbauen oder soll ich das, äh, off-stream zusammenbauen und ausprobieren? Das könnt ihr jetzt entscheiden. Weil sonst würde ich das nämlich gleich hier mit in das Segment machen. Da braucht Paul sich nicht so viel Mühe machen beim Schneiden. Erst auspacken und dann zusammenbauen. Zusammenbauen. Off-stream. Solange dir das nicht zu stressig ist? Nö. Für mich ist das nicht zu stressig, ne? Nö, das ist gut. Das ist relativ simpel gehalten hier mit den Lenkrädern. Das sind nur so zwei, drei Schrauben, die wir hier drehen müssen. Nehmen wir das Lenkrad raus, weil wir brauchen hier den, äh, das Ding brauchen wir dafür. Wir haben hier noch die Schrauben dazu. Und dann bauen wir das an die, äh, an die Dingswander, an die Wheelbase. Das ist ja relativ fix gemacht, ne? So. Schauen wir das hier raus. Wheelbase. So. Uti, kannst du bitte mal runtergehen hier? Du kleiner Süßer. Geh mal runter. Naja. Erkunde mal die Kartons. So. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Schrauben sind jetzt alle fest. So. So. Das flutscht alles. Das wackelt nicht. Das hält. So. Dann gucken wir mal. Wir haben einmal vier und groß. Vier ist hier. Das funktioniert so wie Mosa. Und dran ist der Bums. Und hält wie eine Eins. Also ich mach schon, mach schon ordentlich gerade. So. Mal gucken. Ist natürlich ein bisschen schwieriger mit Abmachen jetzt gerade. Weil, das ist nicht fest. Also, ich kann die Wheelbase halt nicht festhalten. Mhmm. 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 Okay. Das ist wirklich sehr fest hier vor in der Sonne. Das ist wirklich sehr fest. Okay, Teppich. Du musst kurz mal herhalten. Ich muss meine Füße benutzen. Das geht nicht anders. Mach ja was zum Pick. Du kriegst das Lenkrad halt nicht mehr ab und befangen. Puh. Puh. Ähm. Excuse me, Officer. Gibt es hier irgendeinen Trick bei der Sache? Willst du mich verarschen, Alter? Was ist denn das für ein Quick Release? Na, was willst du bei einem Quick Release für eine Anleitung dir durchlesen? Klipp das rauf, zieh den Ring zurück und zieh es ab. Da brauchst du doch keine Anleitung für. Ach du Scheiße. Ha. Dein Ernst? Okay. Hier ist noch ein Sicherheitsmechanismus. Mhmm. Hier ist noch ein Sicherheitsmechanismus dran. Okay, nicht schlecht. Muss man wissen. Hier hinter dem Wheel, da seht ihr das? Da ist so ein kleiner silberner Knopf und der blockiert das. Aber man kann sagen, der Quick Release hält. Also ich habe da gerade schon sehr männlich dran gezogen. Das stand in der Bedienungsanleitung. Soll ich die Bedienungsanleitung mal zeigen? Also es wäre schön, wenn es da drin stehen würde. Aber das hier ist alles. Das ist alles. Nee, ich habe keinen 200er Puls. Alles gut. Das ist alles. Mehr ist hier nicht drin. Also leider steht das da nicht drin. Das steht nichts in der Bedienungsanleitung. Aber es ist ein neues System. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Weil dann kannst du es halt nicht aus Versehen runter machen. Also das hält halt wirklich echt ziemlich doll. Also ziemlich gut. Ich habe mir gerade wirklich schon sehr viel Mühe gegeben. Also sehr viel Mühe. Das ist halt echt nicht so kacke. Bin ich ganz ehrlich. Das Wheel ist jetzt halt wirklich für kleine Hände gemacht. Muss man dazu sagen. Aber es ist halt wirklich nicht scheiße. Und hier ist es wirklich wertig. Ey, die Frage ist nachher, wie die Software ist. Wenn die Software nur einigermaßen vernünftig ist und das mit den Spielen funktioniert, ist das für 500 Euro echt ein Bänger. Also jetzt mal davon abgesehen, dass wir das Kabel da gerade rausziehen müssen, weil ich exorbitant scheiße finde und mich das wirklich nervt. Aber es ist wie es ist. Das gehört beim Reviewen dazu. Aber das ist wirklich nicht kacke. Bin ich ehrlich. Für 500 Morg? Da steht es doch. Silberner Knopf für Queculi. Ach so. Gut, dass du es gesagt hast. Habe ich jetzt eigentlich sechs Schrauben drin? Zwo, vier, sechs. Ja. Ich hätte sogar noch eine übrig. Die hat 15 Newtonmeter. Also wenn die wirklich nur einigermaßen gut funktionieren. Also wirklich einigermaßen. Und die Software nicht komplett kacke ist und die Spiele das mitmachen. Ist das hier für 15 Newtonmeter? Für 500 Euro? Ey, also nochmal. Das ist komplett Vollmetall. Also da ist nichts Plastiges dran. Außer vorne die Buttons, die hier drauf sind auf der Wheelbase. Und selbst der Quick Release ist richtig, richtig gut. So. Jetzt bauen wir noch das andere Teil zusammen. Die Buttonbox. Also das ist nicht schlecht, Herr Specht. Sag ich, wie es ist? Nicht schlecht, Herr Specht. So, hier kann man es halt Schrauben mitgeliefern. Dann bauen wir das hier auch noch zusammen. Ich meine, das Wheel ist jetzt wirklich ein bisschen sehr arg klein. Muss man dazu sagen. Also das ist für meine Hände jetzt nicht unbedingt was Gutes, aber ich habe ja auch Bärenhände. So, wir haben noch von Namendeckel. Das hier steht hier SRS drauf auf dem Namendeckel. Ne, da steht nichts drauf, aber das können wir ja ändern. So, dann nehmen wir mal die Schrauben. Wir nehmen mal die von Camus. Die hauseigene. Reichen die hier durch? Ja, reicht dicke. Hat Denzu flachere Schrauben mit reingepackt? Ne. Der Deckel, der guckt einfach raus. Okay, weiß nicht schon. Das ist, ich weiß nicht, ob das Leder oder Wildleder ist. Also ich gehe nicht davon aus, dass das echtes Leder ist. Also das würde ich jetzt mal wirklich verneinen, weil der hat heutzutage echtes Leder. Das ist ja eigentlich Quatsch. So, jetzt haben wir das hier. Lol, Camus, dein Ernst? Du packst jetzt hier auch noch ein Quick Release mit dazu? Nein, nein, wie krass ist das denn? Lol, hier ist noch ein Deckel mit. Sag mal, was verschicken die denn alles? Hier ist noch ein Adapter mit dabei. Entpuppt sich. Ey, Mager, wenn das nur einigermaßen funktioniert, ne? Was habt ihr denn für einen Lieferumfang? Wie krass ist das denn? Du hast beim Lenkrad, kriegst du nochmal eine extra Narbe dazu? Eine Annahme für die Wheelbase? Wahrscheinlich, weil sie an der Wheelbase nicht dran ist, wa? Wie krass ist das denn? Jetzt müssen wir erstmal kurz hier wieder... Oh Gott, das ist ja... Kompliziert ist ja gar kein Ausdruck. Wie machen wir das denn? Nehmen wir das noch so rum? Das ist viel zu schade, um das an die Wand dran zu machen, ehrlich gesagt. Ich habe irgendwann mal gelernt, wenn die Schrauben nicht einfach reingehen, dann soll das zu euch gut sein? Ich weiß es eben nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Das will ich ja eben rausfinden. Aber ich sage mal so, das, was mir jetzt hier gerade geliefert wird, also ich kenne ja einigermaßen die Preise, nur vom Material her, nicht von dem, was ich jetzt bis dato gefahren bin. Dann ist das schon ganz schön krass. Sag ich, wie ist es? Das ist wirklich krass, was mir hier so geboten wird für... Also Wheelbase 500 Euro, das kleine Wheel kostete 200 und ein bisschen. Das ist schon krass. Also das hier ist auf jeden Fall schon mal ein besserer Quick Release als von einer anderen Firma, die wir letztens gerade besprochen haben, dessen Namen ich jetzt nicht aussprechen möchte, weil ich dann immer den Zorn einiger Menschen auch nicht ziehe. Aber das hier ist schon... Also ich meine, wir müssen jetzt nicht über die Knapfe reden, die sind nur wirklich nicht ästhetisch. Aber bei dem Preis... Jetzt haben wir den Quick Release dran. Alter, die Dinger sind... Hör mal. Einfach spitze. Aber Denso, sein Wheel ist auch sehr geil. So, jetzt sind wir theoretisch ready. Wir haben die Buttonbox nochmal verbunden, dann können wir jetzt hier wieder ran. Hier ist der Vierer und da ist der Vierer. Und dann sind wir hier dran. Knöpfe sind natürlich ein bisschen weiter innen, aber das Licht am Wheel, wenn das so groß ist. Die Switches hier dran funktionieren wunderbar. Die Drehknäufe funktionieren wunderbar. Das muss ich nächste Woche gleich anbauen. Ich möchte wissen, warum das nicht so populär ist. Ach guck mal, Camus hat sogar extra ihre Narben mit beigelegt, mit abgesenktem Schrauben. Also auf die Camus freue ich mich. Bin wirklich sehr gespannt. Also wenn die in den üblichen Games funktionieren. Das ist ein Direct Drive mit 15 Newtonmeter für 500 Euro. Das Ding hier kostet 500 Euro mit 15 Newtonmeter. Also ich sage, wenn das nur ansatzweise vernünftig funktioniert, also qualitativ, also wirklich nur vom Auspacken her, von der Qualität her, ist das wirklich sehr, sehr gute Ware. Also da gibt es wirklich nichts zu mängeln. Wie gesagt, das sieht natürlich ein bisschen billig aus, logischerweise. Also gerade so hier, ihr seht ja oben die Knöpfe von der Buttonbox. Die sind jetzt nicht super hochwertig und sehen nicht hochwertig aus. Das sind halt diese ganz simplen Dinger, aber was willst du auch nachher am Ende für den Preis erwarten? So, nichtsdestotrotz, bin ich ganz ehrlich. Krass. Also jetzt mal wirklich Butter bei den Fischen. Bis auf die Taster, die da dran sind. Bis auf die Taster ist das Ding einfach mega geil. Also das ist vor allen Dingen, es ist alles Metall, hier ist kein Plastik dran. Nichts. Selbst die Shifter hinten sind aus Carbon. Ich bin wirklich sehr gespannt. Irgendwo ist hier ein Haken dran, sonst würden das mehr Leute empfehlen. Außer die sind einfach nicht bekannt. Aber ich denke, hier ist irgendwo ein Haken dran. Irgendwas stimmt hier nicht. Also selbst das hier, wie gesagt, bis auf die Buttons. Jetzt mal wirklich, lass mir mal die Buttons außen vor, weil die sind wirklich nicht cool. Selbst der Griff, hier kann man ja sehen, ist schön vernünftiges Gummi. Die sind ordentlich griffig. Hinten ist auch wieder, sind hier Dings dran. Die Pedals sind super. Der Quick Release ist nice. Es ist für mich persönlich ein bisschen klein. Aber what the fuck? Das hält für 200 Euro ein Wheel. Da kriegst du bei anderen Leuten Plastikbomber gekauft. Für 200 Euro. Das ist für 22 Euro. Bis zum nächsten Mal. Alles gut. Danke. Weref 16 Euro. Wasorsa Rính. Auch Flying football. Das war nicht. Bis zum nächsten Mal. BeimHaft ihr in der confidenten Kilo. Und da, wo aufsächst. Bis zum nächsten Mal. Tische. half2.